Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Inuri IP und schön, dass du eingeschaltet hast. Diesmal gibt es hier kein Let's Play zu sehen, sondern es gibt ein anderes Video und zwar wurde ich nominiert. Ich wurde nominiert für die Liebster Award Challenge von dem guten Gamer wie ich und von dem lieben Z-Team. Ja, ich wurde zweimal nominiert gleich. Ich mache das ja immer gerne mit. Also vielen Dank an euch für die Nominierung und ganz liebe Grüße an euch. Und zwar muss ich elf Fragen beantworten. Allerdings haben mir beide Seiten elf verschiedene Fragen gestellt. Also werde ich in meinem Fall, da ich zweimal nominiert wurde, 22 Fragen beantworten, weil die auch unterschiedlich sind. Und in der Kanalbeschreibung, in meiner Kanalbeschreibung, findet ihr dann die Regeln für dieses Challenge. Und dann findet ihr dort auch noch meine Nominierungen, die Leute, die ich nominiert habe für dieses Challenge und meine elf selbst ausgedachten Fragen. Genau, ich werde den Leuten dann auch nochmal Bescheid geben, die ich nominieren werde. Aber jetzt erstmal zu den elf Fragen von Gamer wie ich. Die werde ich zuerst beantworten und im Anschluss werde ich die anderen elf Fragen von dem Z-Team beantworten. Also los geht's. Erste Frage. Warum bist du mit YouTube angefangen? Ja, das ist eigentlich leicht zu beantworten. Ich habe mit YouTube angefangen. Also das kam so, dass meine Schwester erst mit YouTube angefangen hat. Und sie hat dann gesagt, ja mach das doch auch, du zockst ja auch gerne. Und ich könnte mir das gut bei dir vorstellen. Und ja, so kam das dann, dass ich mir auch einen Kanal erstellt habe hier auf YouTube vor ungefähr anderthalb Jahren. Und ja, seitdem mache ich YouTube. Also Let's Plays gibt es bei mir auf dem Kanal. Und Unboxings und ab und zu auch mal einen Vlog. Aber allerdings nur, wenn ich so auf eine Convention gehe. Ja, mal gucken, was sonst noch so auf meinem Kanal passieren wird. Frage 2. Wann bist du das erste Mal mit Zocken in Berührung gekommen? Das erste Mal mit Zocken, das müsste ungefähr 1995 gewesen sein. Da war ich ungefähr sieben Jahre alt. Und da durfte ich dann auf den Computer von meinem Vater spielen. Und später habe ich dann auch noch die Super Nintendo bekommen. Ja, so war das. Das waren so die Anfänge. Frage 3. Was war das erste Spiel, was du je gezockt hast? Das erste Spiel, was ich je gezockt habe, weiß ich nicht mehr. Also ich habe ja auf dem Computer von meinem Vater gespielt. Ich glaube, das muss irgendwie ein Kartenspiel gewesen sein. Oder irgendwie so ein Kinderspiel. Ich weiß es nicht mehr. Oder Pinball. Pinball hätte das auch sein können. Oder könnte das auch sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich auf der Super Nintendo Super Mario gespielt habe. Und auf dem Computer habe ich irgendwie so Kartenspieler. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr genau bei Namen nennen. Frage 4. Was möchtest du mit YouTube erreichen? Also ich mache YouTube nur aus Spaß. Es ist einfach ein Hobby von mir. Was will ich damit erreichen? Ich will eigentlich nur damit erreichen, dass andere auch Spaß daran haben an meinen Videos. Andere damit erheitern. Vielleicht können einige ja auch bei meinen Videos gut entspannen. Also ich mache es nur so als Hobby. Mir macht es Spaß, Videos zu erstellen. Und auch Thumbnails zu erstellen. Es ist halt eine schöne Abwechslung zur Arbeit. Und ja, also ich will jetzt kein großer YouTuber werden. Das ist glaube ich auch gar nicht so meins. Weil dafür bin ich auch ein bisschen zu schüchtern. Und ich stehe auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Also mir reicht das schon, wenn ich einfach... Wenn einfach eine Handvoll von Leuten oder vielleicht auch ein, zwei Leute nur... Einfach Spaß an meinen Videos haben und gerne zuschauen. Das reicht mir schon. Und macht mir dann auch eine Freude. Und da ich eh spiele und zocke, wie auch immer, kann ich das auch gleich aufnehmen. Frage 5. Was hast du so an Hobbys? Ja, meine Hobbys sind natürlich Zocken. Sonst würde das ja alles keinen Sinn machen, dass ich Let's Plays mache. Ab und zu zeichne ich auch gerne, wobei ich das momentan gar nicht schaffe, da ich von der Arbeit immer so geschafft bin. Das habe ich momentan echt vernachlässigt. Ansonsten schaue ich gerne noch Bücher. Also ich schaue. Ich lese gerne Bücher, so. Also es sind schon Bilder drin. Also wenn ich Mangas lese, dann sind da schon Bilder mit drin. Aber sonst... Ist das ja eigentlich nur Text? Ansonsten... Ja, ich... Ich weiß nicht. Ja, das sind so meine Hobbys. Ab und zu gehe ich auch gerne mal weg. Obwohl, das ist eher seltener, weil ich bin gar nicht so der Typ dafür. Ja. Aber Zocken ist schon das größte Hobby, glaube ich, von mir. Doch. Kann man sagen. Doch, doch. Sechste Frage. Auf welches Spiel freust du dich in nächster Zeit? Also ich weiß gar nicht, was dieses Jahr noch alles rauskommen wird. Worauf ich mich aber schon richtig freue, ist... Es ist, glaube ich, Ende des Monats. Ich glaube zum 31.8. Life is Strange Before the Storm. Das ist die Vorgeschichte von Life is Strange. Beziehungsweise die Vorgeschichte von Chloe ist das. Darauf freue ich mich schon. Ich bin gespannt, wie das Game werden wird. Und was uns da so erwarten wird. Ich würde es auf jeden Fall let's playen. Ja. Darauf freue ich mich am meisten. Würde ich mal sagen. Siebte Frage. Was ist dein absolutes Lieblingsspiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich kein absolutes Lieblingsspiel. Es gibt viele schöne Spiele, viele gute Spiele. Und sich dazu entscheiden, finde ich sehr schwierig. Einige Spiele spiele ich öfter, weil sie eher rundenbasiert sind. Wie zum Beispiel League of Legends. Das spiele ich privat. Allerdings würde ich das nicht als mein Lieblingsspiel bezeichnen. Äh, nee. Nee. Nee, nee. Eher nicht. Also es gibt viele gute Spiele. Ich will mich da gar nicht festlegen. Ähm. Ja. Finde ich schwierig. Und dann kommen wir auch schon zur Frage 8. Wenn du die Wahl hättest, mit YouTube Geld zu verdienen, würdest du eher den Job als YouTuber nehmen oder deinen regulären Job weiter ausüben? Naja, ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass ich YouTube nur aus Spaß mache. Äh, klar kann man auch mit YouTube Geld verdienen, aber ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Ich glaube, da müsste man nebenbei auch noch irgendwie streamen. Entweder auf Twitch oder auf, naja, YouTube geht ja eigentlich auch. Ähm. Ähm, wie gesagt, für mich ist es ein Hobby und es soll eigentlich auch ein Hobby bleiben. Und ich würde meinen Beruf auch ungern aufgeben. Ich mag meinen Beruf eigentlich ganz gerne. Ich bin ja Erzieherin in der Krippe. Und arbeite mit, äh, 0- bis 3-Jährigen zusammen. Also, die arbeiten... Also, ich betreue die, ja. Das klingt so komisch, ich arbeite mit Kindern zusammen. Das war ja ein bisschen blöd formuliert. Ähm. Ja. Aber ich mag den Beruf gerne. Ich mag Kinder gerne. Und, äh, ja, ich finde es halt schön, jeden Tag auf Arbeit zu kommen. Und, äh, ja, ich finde, das ist ein toller Beruf. Also, ich würde nicht gerne YouTuber sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem in der heutigen Zeit nicht mehr. Also, für mich wäre es nichts. Und Frage 9. Bisheriges Game Highlight in diesem Jahr. Also, das Jahr ist ja jetzt noch nicht so lang. Wir haben August. Mitte August. Ähm. Ich würde sagen, also für mich persönlich ist Yonda The Cloud Catcher Chronicles ein ganz schönes Game. Das habe ich ja aktuell auch als Let's Play auf meinem Kanal. Ähm. Ich spiele das sehr gerne. Mich hat das Spiel auch sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein tolles Spiel ist. Im ersten Moment. Äh. Als ich davon gehört habe. Ich habe das auch nur durch Zufall gefunden. Aber mich hat das Spiel schon in seinen Bann gezogen. Also, ich kann es nur mal jedem empfehlen, das zu spielen. Ich finde das richtig toll. Und mal gucken, was sonst noch so kommt. Also, Life is Strange Before the Storm kommt ja am Ende des Monats noch raus. Habe ich ja schon erzählt. Allerdings, äh, warte ich da erstmal ab, wie das überhaupt sein wird. Ich bin gespannt. Wie, äh, ja, wie dieses Spiel sein wird. Und dann mal gucken. Ich weiß gar nicht aktuell, was noch alles rauskommt. Und es kommt ja noch so einiges raus dieses Jahr. Mal schauen. Zehnte Frage. Lieber selber kochen oder doch eher der Lieferdienst? Also mal was ganz anderes. Mal eine ganz andere Frage. Sonst hat das ja alles mit Games eher so zu tun gehabt. Und mit YouTube. Äh. Oder Bauchkrämpfe, besser gesagt. Also ich bin da eher vorsichtig geworden. Äh, ich kann das nicht so gut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, von daher koche ich lieber selber. Und dann kommen wir schon zur elften Frage. Die elfte Frage von Gamer wie ich lautet. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Und das ist aber schwierig. Also ich würde auf jeden Fall meine Katzen mitnehmen. Ich hatte zwar drei Katzen, aber ich zähle das jetzt als eine Katze, damit alle mitdürfen. Äh, also auf meine Katzen kann ich auf keinen Fall verzichten. Das ist Fakt. Und ich würde auf jeden Fall irgendwas zum Zocken mitnehmen. Äh, das heißt, äh, irgendwie entweder mein PC oder mein Nintendo 3DS. Also irgendwas brauche ich. Und was auch nicht fehlen darf, ist Musik. Musik muss sein. Musik tut der Seele einfach gut. Und man kann am besten abschalten, finde ich. Ähm, das sind schon drei Sachen. Eigentlich wollte ich meine Familie noch mitnehmen. Familie ist ja auch wichtig. Dann ist man auch nicht so alleine. Ja, das sind glaube ich so die Dinge, die ich mitnehmen würde. Ja, und ich glaube, meine Katzen haben dann auch viel Spaß. Das glaube ich auch. Dann sind das Piratenkatzen. Mhm. Und jetzt komme ich zu den elf Fragen von dem Z-Team. Die erste Frage lautet, wenn Zeitreisen möglich wären und du einen Tag dafür hättest, würdest du einmal zurück oder in die Zukunft reisen? Also ich würde ganz ehrlich in die Vergangenheit reisen, ähm, einfach um Personen wieder zu sehen, die ich heute nicht mehr bei mir haben kann, die von mir gegangen sind. Und einfach nochmal, damit ich mit diesen Personen reden könnte, mit ihnen nochmal Zeit verbringen könnte, das wäre meine Wahl. Die zweite Frage lautet, wen würdest du am liebsten mal kennenlernen? Wen ich gerne kennenlernen würde? Also damals mochte ich immer, oder ich mag ihn immer noch, Johnny Depp sehr gerne. Äh, auch wenn ich jetzt nicht so perfekt Englisch sprechen könnte, würde ich ihn gerne kennenlernen. Also Johnny Depp habe ich immer bewundert, auch wenn er jetzt ein bisschen abgedriftet ist. Aber, ähm, den fand ich immer toll. Ist ein toller Schauspieler auf jeden Fall. Ein anderer fällt mir jetzt so auf Anhieb gar nicht ein. Nee. Also Johnny Depp ist schon so meine erste Wahl. Dritte Frage. Was ist deine Schwäche und Stärke? Eine reicht. Also meine Stärke würde ich sagen, äh, dass ich sehr empathisch bin, gerade in Bezug auf Kinder. Ähm, das habe ich immer mal wieder gehört. Und, äh, oder wurde mir oft gesagt. Und, äh, das glaube ich auch. Meine Schwäche, ja, meine Schwäche ist, äh, dass ich sehr ungeduldig bin. Ähm, ich hasse es, wenn etwas nicht sofort klappt. Und ich mag auch nicht warten. Also es sind so Sachen, äh, ja, da bin ich sehr, sehr ungeduldig. Also, ja. Frage 4. Wo siehst du dich in den nächsten zwei bis drei Jahren? Eine gute Frage, aber auch eine sehr schwere Frage. Ähm, vor allem auch in welchen Bezug, also jetzt auf die, äh, räumliche Situation, auf die arbeitstechnische, äh, Lage, so. Ich weiß es nicht. Finde ich sehr schwierig, äh, müsste ich mal länger drüber nachdenken. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, dass ich meine Wohnsituation nicht so gut finde momentan. Da mir der Ortsteil hier nicht so gut gefällt und ich mich hier ehrlich gesagt nicht so, nicht so wohl fühle mehr. Und ich gerne woanders hinziehen würde, also innerhalb von Bremen, einfach in einen anderen Stadtteil ziehen. Äh, ja. Ich würde gerne eher in den Stadtteil wieder ziehen, äh, wo ich, äh, damals lebte, als Kind. Da gefällt mir das tausendmal besser und da fühle ich mich auch viel wohler. Was anderes fällt mir jetzt gar nicht ein, was ich auf diese Frage antworten könnte. Fünfte Frage. Was ist dein größter Wunsch? Ach, du Schande. Mein größter Wunsch ist eigentlich, und den kann man auch nicht kaufen oder sowas, das klingt jetzt wieder ganz plump, weil das wahrscheinlich jeder sagt, aber mein größter Wunsch ist einfach, dass meine Familie glücklich bleibt, meine, meine Familie gesund bleibt und dass wir nachher noch viele schöne Momente, äh, miteinander verbringen können. Auch, auch mit den Freunden und Bekannten. Und, ähm, ja, dass man einfach glücklich, äh, im Leben ist und dass man das macht, was man gerne machen möchte. Sechste Frage. Wo wolltest du schon immer mal hin? Ja, ich wollte schon immer mal nach Japan. Ähm, ich glaube, das würde mir richtig gut gefallen. Also ich bin ja auch so, äh, stehe ja voll auf Anime, Manga und alles, was mit Japan zu tun hat. Ähm, da stehe ich voll drauf. Und, ähm, mich würde das echt reizen, äh, mal nach Japan zu fliegen. Bisher hat sich das irgendwie nicht ergeben. Ähm, ja, wäre aber schon so ein Traumziel von mir. Na doch, ich würde das gerne mal so sehen und erleben. Also ich, ich glaube, da hätte ich echt, äh, große Freude dran. Und dann kommen wir auch schon zur siebten Frage von dem Z-Team. Was magst du gar nicht? Ist das jetzt, äh, aufs Essen bezogen oder allgemein? Ich beziehe das jetzt einfach mal allgemein, was ich überhaupt nicht mag. Ja, sowas wie Lügen und solche Sachen, ja gut, das weiß jeder. Ich glaube, das mag auch keiner. Wer steht schon darauf, wenn man angelogen wird? Aber was ich überhaupt nicht abkann, ist Unpünktlichkeit. Ich, oh, ich kriege da echt zu viel, wenn jemand unpünktlich ist. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin zum Beispiel auch eine Person, ich bin meistens überpünktlich. Ich bin meistens immer 10 bis 15 Minuten eher da. Und ich mag nicht, wenn jemand unpünktlich ist. Oh, ich, äh, nee. Ich mag dich überhaupt nicht. Ähm, ich meine, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich zu spät kam. Lag eher daran, dass die Bahn Verspätung hatte oder sowas. Ich meine, das kann ja auch mal passieren. Das sage ich ja auch gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht so richtig böse oder so, aber ich mag es einfach nicht. Achte Frage. Welche Superkraft hättest du gerne? Wie? Welche Superkraft hätte ich gerne? Ich würde gerne Gedanken lesen. Das finde ich richtig interessant. Und ich würde manchmal echt gerne wissen, was so mein Gegenüber gerade denkt, wenn ich mit ihnen rede oder keine Ahnung, irgendwie. Das wäre echt interessant. Also ich möchte die Stimmen nicht immer hören, aber, dass ich so entscheiden kann, okay, jetzt möchte ich die Gedanken von jemandem lesen und dass ich die dann, äh, einfach, äh, ja, hören kann, diese Gedanken von meinem Gegenüber. Ich glaube, das wäre manchmal sehr, sehr interessant, da Menschen ja nicht immer das sagen, was sie gerade denken. Und, ähm, ja, das würde mich sehr, sehr reizen. Diese Superkraft hätte ich gerne. Was ich auch noch reizvoll finde, ist, äh, unsichtbar sein. Da kann man auch so schön viel Quatsch machen. Das wäre auch noch reizvoll. Neunte Frage. Wie zufrieden bist du mit der Plattform YouTube? Oh Gott. Wie zufrieden bin ich mit YouTube? Eigentlich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man verfolgt das ja jetzt auch aktiver, dadurch, dass man selber YouTube macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das momentan erschreckend, was ich hier auf YouTube erlebe. Also, äh, was teilweise in den Trends ist, das finde ich einfach nur erschreckend, was bei den Leuten ankommt. Äh, auch dieses ganze Gebiefe und dieses Gepranke und, also, auch, was es teilweise für Leute sind, die da oben sind, bei, in den Trends, die gerne geschaut werden und so weiter. Und die ganz, äh, ja, und gute YouTuber, die, die gehen total unter, sag ich jetzt mal. Die haben irgendwie kaum, äh, Aufmerksamkeit. Und, äh, ich finde das echt erschreckend, was da abgeht teilweise. Und manchmal schäme ich mich echt für die Menschheit. Äh, Ja, das ist echt unglaublich. Und, äh, ich finde es auch einfach schade, dass man bei YouTube auch kaum, gerade auch als kleiner YouTuber, kaum gesehen wird, oder auch kaum, ähm, Unterstützung findet. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich zum Beispiel erlebe immer wieder, dass man ganz viele Spam-Nachrichten hat. Und auch immer nur, hier, ich hab bei dir geschaut, du schaust jetzt bitte bei mir. Hier, ich geb dir mein Abo, du gibst mir dein Abo. Ich muss ganz ehrlich sagen, das nervt mich richtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal ans Aufhören gedacht. Weil die Plattform YouTube, äh, ist auch sehr anstrengend. Und zu sehen, was halt oben ist, das ist echt ein Graus. Manchmal schäme ich mich dafür, äh, ja, auf YouTube zu sein. Es ist wirklich so. Also, es war mal anders. Also, damals war das nicht so krass wie heute. Also, wenn ich, wenn man sich mal anguckt, was es so für Kanäle gibt. Ich sag jetzt keine Namen. Ich glaub, es können sich einige einfach vorstellen, von welchen Kanälen ich rede. Ist ja auch nicht schwer. Zehnte Frage. Lieber Single sein oder Beziehungsmensch? Ich glaube, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Äh, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich find es eigentlich schön, jemanden zu haben und sich, ähm, mit dem man halt sein Leben teilen kann und, äh, der bei einem ist und, äh, ja, mit dem man sein Leben genießen kann und zusammen verbringen kann. Wobei, äh, manchmal ist es ja auch von Vorteil Single zu sein. und wir kommen auch schon zur elften Frage von dem Z-Team. Die letzte Frage. Dein schlimmstes Erlebnis? Ja, ähm, mein schlimmstes Erlebnis, ich mein, da hatte ich mehrere. Ich mein, es fing in der Schulzeit an, da wurde ich gemobbt und das über Jahre hinweg. Das war ein sehr prägendes Erlebnis, äh, was mich teilweise auch heute noch begleitet. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr schüchtern, was, äh, naja, wenn ich Personen im Real Life treffe, ähm, ich hab immer Angst, etwas zu sagen, weil ich denke, es ist falsch. Dadurch, durch diese Mobberei damals, weil das war schon echt krass. Ich mein, es ging von der vierten Klasse bis zur neunten Schulklasse. Also ungefähr fünf bis sechs Jahre. Da ich auch einmal wiederholt habe, sind es sechs Jahre, glaube ich. Ja, es kommt hin. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das mein schlimmstes Erlebnis war. Es war sehr prägend. Es, ähm, hat mich bis jetzt begleitet. Ähm, aber ich glaube, mein schlimmstes Erlebnis war, als mein Vater verstorben ist vor zweieinhalb Jahren. Das hat mich schon sehr getroffen und, ähm, da er auch sehr jung gestorben ist und, äh, das alles sehr, sehr schnell ging, würde ich sagen, das war mein schlimmstes Erlebnis bisher. Da mein Vater mir auch, äh, so, halt sehr viel bedeutet hat. Ähm, ja, ich glaube, weiter möchte ich da auch gar nichts zu sagen. Ähm, ja. Und das waren auch schon die 22 Fragen, die ich beantwortet habe. Ähm, ähm, ich fand die Fragen sehr interessant. Ähm, die Fragen von Gamer wie ich waren eher so auf YouTube und auf die eigenen Hobbys bezogen und die Fragen von, äh, und die Fragen von, äh, äh, dem Z-Team waren eher ziemliche persönliche Fragen. äh, also eine gute Abwechslung. Erst YouTube und so und dann das Persönliche. Also sehr gut ausgewählt. Und, äh, äh, ich bedanke mich nochmal dafür für die Nominierung. Ich mache sowas immer gerne mit. Also wenn sowas wieder ist, könnt ihr mich gerne nominieren. Ähm, ja, in der Infobox, beziehungsweise in der Kanalbeschreibung, nein, nicht in der Kanalbeschreibung, ich meine in der Videobeschreibung, also hier drunter, äh, äh, würde ich dann, äh, meine nominierten Leute schreiben und meine aus... äh, äh, meine elf ausgewählten Fragen hinschreiben. So. Hm. Die findet ihr in der Videobeschreibung. Ich kann gerade nicht mehr reden. Das waren so viele Fragen. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Und dann werde ich natürlich die Regeln noch in die Videobeschreibung packen, damit ihr seht, wie das Ganze abläuft. Ich hoffe, ihr macht dann auch alle mit, die ich nominieren werde. Wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Das ist ja eure freie Entscheidung. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und, ähm, ich wünsche euch dann alles Liebe und Gute. Und, äh, ja, würde mich über Kommentare sehr freuen zu diesem Video. Und, äh, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dann. Eure Inori LP.